Hallihallo, ich bin die Kerstin und ich freue mich, dass du da bist. Wir haben heute ein weiteres Pranayama Video für dich. Wir beschäftigen uns heute mit der 4-7-8 Atmung. Die ist wunderbar, um das Nervensystem zu beruhigen, um in den Schlaf zu finden oder in stressigen Situationen einfach für einen Moment zurückzutreten und zur Ruhe zu kommen, um dann wirklich wieder ganz fokussiert weitermachen zu können. Wenn dir dieses Video gefällt, schenk uns gerne deinen Daumen hoch. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und auch das Glöckchen zu aktivieren, dass du jedes neue Video auch gleich angezeigt bekommst. Und dann legen wir los. Finde einen für dich angenehmen, aufrechten Sitz. Das kann auf einem Block sein, so wie hier bei mir. Das kann aber auch auf einer Stuhl- oder Sofakante sein. Achte darauf, dass du dein Becken gerade aufrichten kannst und mit Leichtigkeit eine lange Wirbelsäule haben kannst. Entspann deine Schulter, zieh den Scheitelpunkt weit nach oben Richtung Decke und wenn du magst, kannst du gerne deine Augen schließen oder deinen Blick ein kleines bisschen vernebeln, dass du dich gut auf dich selbst konzentrieren kannst. Wir atmen gleich für vier Zähler ein. Wir halten für sieben und und atmen für acht wieder aus. Wenn das am Anfang noch nicht klappt, kein Problem. Atme zwischen und steig in der nächsten Runde wieder mit ein und findet mit der Zeit ganz einfach seinen Rhythmus dafür. Bei der Ausatmung achte darauf, dass du auf diese acht Zähler komplett leer atmest. Atme dich so leer, dass das Vakuum deiner Lunge sogar die Bauchmuskeln mit nach innen zieht. Dass du bis in die unteren Lungenspitzen ausatmest, um dich komplett mit neuer, frischer Energie, frischem Sauerstoff füllen zu können. Atme einmal tief durch. Und dann starten wir. Atme ein, zwei, drei, vier. Halte zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Atme aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Halte zwei, drei, vier, fünf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Halt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Halt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Halt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atme tief ein und aus. Gerne noch zweimal. Einatmen, schaff nochmal mehr Länge im Rücken. Ausatmen, entspann deine Schultern. Einatmen, Länge. Ausatmen, entspannen. Spüre gerne für einen Moment nach. Dann bedanke dich bei dir selbst für diese kleine Auszeit, die du dir genommen hast. Ich bedanke mich bei dir, dass ich dich dabei begleiten durfte. Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schenk uns gerne deinen Daumen hoch. Abonnier den Kanal. Vergiss nicht das Glöckchen. Und wenn du noch mehr möchtest, schau gerne in unseren Live-Stunden auf Twitch vorbei. Da kannst du auch gerne Wünsche und Fragen äußern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.